Dinge in unserer Bali-Villa, die einfach Sinn ergeben. Ein Schlafzimmer mit Blick in den Pool rein. Eine versteckte Bammus-Toilette, die aber jedem verrät, dass ihr jetzt pinkeln könnt. Drei riesengroße Schlafzimmer mit einem eigenen Bad und Blick über die Reißfelder und von dem Dach kann man springen, sollte man aber vielleicht nicht. Ein riesiger Infinity-Bool, in den man reinspringen kann, aber besser nicht auf der Seite runter sieht.